Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe, das sind Worte und Taten. Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren. Als Zeichen der Liebe für diese Welt. Frieden ist nicht nur ein Wort. Frieden, das sind Worte und Taten. Als Zeichen des Friedens lebt Jesus auf Erden. Als Zeichen des Friedens für diese Welt. Frieden auf Erden. Das war das Thema unseres diesjährigen Adventkalenders der Salesianischen Jugendbewegung. Wir wünschen euch noch einen besinnlichen, heiligen Abend. Und ein gesegnetes Weihnachtsfest.